Hi, ich bin Hannah. Leider können ja die Sommerferienspiele nicht so stattfinden wie gewohnt und ich wäre dieses Jahr auch zum allerersten Mal dabei gewesen und hätte mit euch zusammen in der Kinderstadt Sonntal im Rathaus gearbeitet, worauf ich mich schon riesig gefreut habe. Naja, aber nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir euch die Sommerferien mit diesen tollen Videos etwas versüßen können. In diesem Video werden wir gemein und kleine gesunde Pancakes backen, die super zum Frühstück oder auch für kleine Snacks für zwischendurch zubereiten. Dafür braucht ihr auch nur 5 Zutaten. Die 100 Gramm Haferflocke, dann eine Messerspitze Backpulver, ein Teelöffel Zimt, 200 Milliliter Milch und einen Bananen. Mit den Zutatenhaft, dann kann es auch schon losgehen. Zuerst braucht ihr die 100 Gramm Haferflocke und fügt dazu ungefähr eine Messerspitze Backpulver hinzu. Das verrührt ihr jetzt miteinander und dazu kommen jetzt die 200 Milliliter Milch. Und das wird jetzt mit dem Mixer auf der höchsten Schmuck hoch zusammen verrührt. 6.0 Wir quen Finger und Schmuck hoch! 6.0 6.0 11.0 10.0 12.0 14.0 Musik So, jetzt ist ein Haferbrei entstanden und dazu kommt jetzt noch die Banane, die wir zuerst mit der Gabel klein machen müssen. Musik 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 So, und dann die Banane, die ganz matschig ist, kommt jetzt mit den Haferflocken dazu. Musik Dann könnt ihr das schon mal ein bisschen leicht miteinander vermengen. Musik Und dann kommt dazu noch der Teelöffel Zimt. Musik Und jetzt wird alles mit dem Rührer auf einer sehr niedrigen Stufe miteinander verrührt. Musik So, und jetzt sind wir auch schon mit dem Teig fertig. Und die Pfanne muss noch eingefettet werden und dann können wir die Pancakes schon in der Pfanne anbraten. So, jetzt kommt in die Pfanne noch etwas Öl. Und wenn sie heiß genug ist, ungefähr so auf mittlerer Stufe, können wir die Pancakes anbraten. Musik So, und wenn die Pfanne heiß genug ist, gebt ihr immer so ungefähr ein bis zwei Esslöffel von dem Pancake-Teig in die Pfanne. Musik Zähne Und dann wartet ihr, bis die Pancakes so etwa goldbraun unten geworden sind und dann könnt ihr sie auch schon wenden. So sieht das dann umgedreht aus. Und das gleiche macht ihr dann mit der anderen Seite, bis die Pancakes auf beiden Seiten goldbraun sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.